Hier, alles voller Signale. Ach du Scheiße. Kampfmittel, Räumdienst rufen. Alter, was ist das denn geiles? Okay, ich telefoniere mal. Ich sonde hier gleich auf jeden Fall weiter. Also, wir machen einen kurzen Break. Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wie ihr seht, heute gibt es wieder eine richtig geile Folge. Wir sind im Ausland und gehen im Wald ein wenig Militaria-Sonnen. Ja, wir haben uns natürlich die passende Location ausgesucht. Und wir werden heute mal schauen, was wir hier so finden können. Und jetzt heißt es, Daumen drücken, dranbleiben und abonnieren. Leitwert 81. Da ist es doch. So, haben wir denn da Schönes. Was ist das hier? Tja, was ist das? Ist das denn Alu? Ich würde ja fast schon sagen, so eine Anstecknadel, aber ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas Tolles steht. Naja. Wir werden auf jeden Fall mal recherchieren. Und ja, vielleicht ist das Teil ja der Hit. Puh, ey. Graben oder nicht graben? Schau mal hier. Oh, wir brauchen gar nicht graben. Wir haben es hier schon. Ja. Ach du Scheiße, ist das schwer. Ja gut. Das Teil schleppe ich aber nicht mit mir mit. Das kann ich leider nicht entsorgen. Ich glaube, ich bin hier im Wildschweinzentrum angekommen. Hier. Da sieht man ganz genau hier so einen Abdruck. Da lag wahrscheinlich so eine Sau. Okay, ich verziehe mich mal hier. So, 83. So, schauen wir mal. Ach, es ist leider hier ein bisschen dunkel. Wir sind gerade hier unter den Bäumen. Aber ja, eine Patronenhülse. Ja, hier ist noch was. Ja. Die ist scharf. Scharfe Munition. Die sollte man auf gar keinen Fall mitnehmen. Kampfmittel, Räumdienst rufen. Oder wieder ab ins Loch. Ja, noch eine. Okay, ich glaube, das war es hier. So, 82. Ja. Eine Patronenhülse. So, wir haben noch was übersehen anscheinend. Hier sagt der Detektor noch Leitwert 77. Also ich möchte eigentlich nicht davon ausgehen, dass hier auch nur eine Hülse liegt. Nachher ist das hier ein Abzeichen oder so. Nee, nee. Die Zeit nehmen wir uns. Da gucken wir mal nach. Tja, das ist ganz schön tief. Uh, was haben wir denn da? Ach, das ist auch eine Patronenhülse. Was ist denn mit der passiert? Die ist ja ganz komisch explodiert. Wie kommt denn das? Weiß das jemand? Wenn man das Stativ vergessen hat, muss man ein bisschen kreativ sein, ne? Ja, schauen wir mal, ob das hält. So, hier. Alles voller Signale. Livewert 86. Überall. Puh, na gut. Wir fangen einfach mal an. Und ja, sehen hier, eine völlig zerfetzte Hülse. Also da ist wirklich irgendwas schief gegangen beim Abfeuern, würde ich sagen, oder? So, hier ist eine etwas größere Hülse. Die ist auch schon ziemlich verrostet. Noch eine zerfetzte Hülse. So, eine scharfe Patrone. Ach, noch so ein Ocolyt hier. Ja. Noch so ein Teil. So, wieder eine Patronenhülse. Hülse Nummer eins. Hülse Nummer zwei. Beziehungsweise Nummer 87 oder so. Leitwert 62, nur ist mal was anderes jetzt. Wieder so eine zerfetzte Hülse. Hier ist nur eine Spitze. Wieder so ein zerfetztes Teil. Oje, oje, oje. Was machen wir denn jetzt hier? Und wieder eine. Auch die sieht aber wirklich sehr gut aus. Da kann man noch klar und deutlich was drauf erkennen. Und noch eine andere. Also, zwei Arten von Hülsen. Drei Arten von Hülsen sogar. Tja, die einen Hülsen rosten, die anderen nicht. Russisch und Deutsch? Hm, keine Ahnung. Nur eine Vermutung. So, ich würde sagen, wir gucken mal ein Stück weiter, was hier noch so rumliegt. Hier passiert. Hier eine Bombe runtergekommen oder so. Na gut, hier liegt irgendwas sehr flach. Das schauen wir uns mal an. Doch, das ist Holz und das ist hier der Fund. Ja, ist das hier von einer Bombe? Könnte sein. Nein, das sieht hier auch stark erhitzt aus. Na ja, weiter geht's. Ja. Hier ist ein 86er Signal. Zusammen mit einem Eisensignal. Na gut, komm. Auch auf die Gefahr hin, dass wir Eisengraben. Schauen wir uns das mal an. Schauen wir uns das mal an. Ach, ich hab's. Ja. Das ist schon ein bisschen kacke ohne Stativ. Komm nochmal. Ein Stück Eisen auf jeden Fall. Sag mal. Ja. Ach. So, wir haben ein neues Baumstativ und hoffen, das hält hier jetzt besser. Es fühlt sich an wie so ein Griff. Alter, ist das eine Pistole? Was ist das? Es ist ein Schwert. Auf jeden Fall. Oh. 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 Alter, was ist das denn Geiles? Oh. 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 Alter, wie kommt das denn hier hin? Ich glaube, hier am Griffstück ist das noch richtig geil verziert. Hier, sieht man das? Boah, das Ding ist bestimmt ein paar hundert Jahre alt. Okay, was mache ich denn jetzt? Also ich kann das unmöglich so transportieren. Das Teil ist riesig. Ich kann hier doch nicht mit dem Schwert nach Hause laufen. Okay, ich telefoniere mal und ich sondere hier gleich auf jeden Fall weiter. Also, wir machen einen kurzen Break. Jawoll, jemand hat seine Gabel verloren und die sieht noch sehr, sehr gut aus. So, Top-Hit Edelstahl. Ja, gut. Ja, irgendwo hier an der Oberfläche. Oh, ich dachte ganz kurz schon Gold, ey. Boah. Hoho. Okay. Okay. Der sieht auf jeden Fall cool aus, auch wenn er, glaube ich, nicht so alt ist. So, was haben wir drauf? Pfingstlager? Was? Okay. Ja, ich vermute mal, da hat irgendein Kind sein Abzeichen hier verloren. Okay. So, ein sehr schönes 68er Signal. Ja, ich glaube, den Eisenfund, den lassen wir. Hm? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Dieses kleine Steinchen hier, ja, dieses gute Teil hier ist ein Stück Blei, glaube ich. So, irgendwo hier. Das ist auch nur ein Stück Blei. Da. So, Leitwert 91. Boah, was ist denn hier los, ey? Oh, ein Knopf. Ist das nicht ein Wehrmacht Knopf? Könnte sein, oder? Ja, wird auf jeden Fall passen. Okay. Schöner Fund. Hier ist ein ganz schwaches 72er Signal. Ach ja, das ist einfach ein bisschen korridiertes Eisen. Na ja, passiert. Ja, hier ist ein großes Signal. Eisen, also Eisen-Sound ist mit drin. Na, schauen wir mal. Doch da. Ach du Scheiße, ey. Ich hoffe jetzt nicht, dass das eine Granate ist oder so. Alter Scheiß, ey. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Es sieht mir auf jeden Fall verdächtig aus und ich bin weg. Großes Signal. Wir graben uns bei solchen großen Signalen jetzt einfach mal von der Seite ran. Ne, das ist nichts Gefährliches. Das ist ein Stück Eisen einfach nur. Okay. Weiter geht's. Ja, das sind Pilze. Wenn ich nicht komplett falsch liege, ist das ein Kartoffelbewist. Und so sieht er von innen aus. Ja, ein 43er Signal. Ja, Müll. So, wir gehen jetzt ein Stückchen näher ans Meer. Ja, dann schauen wir mal, ob wir hier auch Signale haben. 49. Alupapier. Ja. Ja, 82. So, jetzt bin ich gespannt. Patronenhülse. So, das war's für heute. Ja, vielen Dank, dass ihr bei dieser absoluten geilen Runde mit dabei wart und ich die Freude, wenn es euch teilen kann. Wir haben heute wirklich einen absoluten Traumfund gemacht. ein 6er im Lotto. Jackpot. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Diese Location ist absolut faszinierend. Hier liegt bestimmt noch die ein oder andere Überraschung versteckt. Und wir werden sie finden. Deshalb, sei beim nächsten Mal wieder auch mit dabei. Und falls du's nur nicht getan hast, lass auf jeden Fall ein Abo da. Lass unterstützen mich und hilf dir dabei auf jeden Fall die nächste Folge nicht zu verpassen. Also, ich sage nochmal vielen Dank, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Sch ride, NBA